Ein Wurf für den VfB Stuttgart, Borna Sosa, Zieler ist überrascht, berührt den Ball. Ein irres Ding, ein wahnsinns Ding, Treffer zählt, 1-1, weil Ron Robert Zieler den Ball natürlich noch berührt, sonst hätte es Eckball gegeben. Das darf doch gar nicht wahr sein, sowas habe ich jahrelang in der Bundesliga nicht gesehen, jahrzehntelang nicht. Korko Despedit, wir schauen nochmal hin, Borna Sosa, 20-jähriger Kroate, wirft den Ball ein, aber Zieler hat sich gerade die Schienbeid schoner gerichtet. Hier, sieht den Ball gar nicht und dann kommt er halt noch an das Leder, ansonsten hätte es Eckball gegeben, so steht es 1-1, was für ein Horror-Bolzi für den VfB Stuttgart. Und er ruft doch, ey Kieper, ich werfe zu dir und Zieler hört zu spät, das kurioseste Tor dieses Spieltages vielleicht gar der Saison. 1-1, Werder.